Guten Tag miteinander, das ist die Somm-Show. Heute mit Toni Brunner. Ich bin Markus Somm. Wir reden über alles, über Gott und die Welt. Aber zuerst reden wir über den 1. April. Jetzt können wir das auflösen. Die Leute meinten, es sei ein April-Scherz, als ich mit Toni Brunner ein Interview gemacht habe. Das war sehr ernst. Ich würde Sie, Herr Brunner, als neuer Bundesratskandidat der SVP vorstellen. Das ist jetzt die Worte. Am Schluss der Sendung lösen wir das auflösen. Heute ist auch ein wichtiger Tag. Eigentlich wären heute 60 Leute. Du warst sehr häufig dabei. Was sind die Erinnerungen? Was hast du von 60 Leuten mitgenommen? 60 Leuten ist für mich ... Zuerst habe ich immer Traditionen, Bruchtum. Das gibt es vor allem auf dem Land. Da war ich erschütternd, aber zugleich auch fasziniert, dass in der grössten Schweizer Stadt eine so unglaublich gelebtes Bruchtum, auch mit den Zünften, mit den Geschichten hinter. Wenn man auf einer Zünftstube war, hat man sich auch ein wenig trainiert geschickt. Was ist eigentlich da für eine Zünft? Ich habe zum Beispiel wie der Allererste, und auch bei der letzten Zünft, wo ich zu Gast war, die Zünft wieder. Die passt natürlich zu mir. Die Metzger-Zünft, die ich als Bauer, als Lieferant vom Rohstoff für die Metzger. Und dann nachher die fast ein wenig rituellen Abläufe. Und selbstverständlich macht man ja das ganze Programm mit. Das sind lange Tage geworden. Nicht nur, dass man eine Festrede oder eine Rede haben musste als Ehregast, sondern dann auch am Morgen ist schon beim Aperol losgegangen, meistens mit einer guten Musik. Dann auf der Zünftstube, die ganzen rituellen Abläufe. Dann raus, den Umzug. Dann die ganze Bevölkerung. Und dann nachher zurück auf die Zünftstube. Und dann noch als Höhepunkt der Auszug in die anderen Stuben und auch andere Dinge. Irgendwann um 3, 4 Uhr ist man glücklich ins Hotel. Dann habe ich gemerkt, dass das bürgerliche Zürich geht weit über den Tag hinaus. Das ist letztlich für alle Beteiligten ein gesellschaftliches Netzwerk und auch das Fundament des reformierten, gutbürgerlichen Zürich. Aber es ist auch wahnsinnig lustig. Ich war auch ein paar Mal, da war ich Chefredaktor der Basler-Zeitung. Und Basler bilden sich ja immer ein, sie sagen, wahnsinnig lustig. Aber ich fand, auf der Zoft war es viel lustiger. Die Reden waren zum Teil hervorragend. Die Engländer sind schon recht und witzig. Aber die Zürcher können das auch sehr gut. Ja, und man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann grausam an Sechsen-Läuten als Ehregast, der reden muss, ablosen. Und das spürt man dann gnadenlos. Ja, das spürt man total. Und ich habe mich zum Glück schon beim ersten Mal briefen lassen, durch einen Banknachbur im Nationalrat. Das war 1996. Was glaubst du, wer war mein erster Banknachbur, der sich in der Zürcher Sechsen-Läuten-Szene gut auskennt? Bist du Margari? Nein, Werner Vetterli. Ah, super. Und Werner Vetterli war Goldig. Und er hatte auch keinen Aufwand, um mich zu versorgen mit Insider. Und eigentlich habe ich immer anhand von den Beispielen, wie Werner mich versorgt hat mit Insider, immer jemanden aus dem Umfeld von der Zunft, der mich noch ein bisschen versorgt hat. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, am Schluss habe ich es immer recht improvisiert. Und meistens, wenn es ein anderer Zunftsstopper war, konnte man diese untötigen Dockenburger Anekdoten jedes Jahr wieder... ...wiederbringen. Der Zwingli hatte ja auch Erfolg in Zürich, warum nicht der Toni Brunner. Ja, aber der Zwingli, der ist dann wirklich durchmarschiert. Ich bin dann wieder heim. Du warst nicht bescheiden, Hast du uns nicht gleich eine neue Religion verpasst? Ja, gut. Wäre auch noch gut gewesen, aber... Aber den Zwingli habe ich natürlich immer etwas gebracht, weil die Zürcher sind natürlich über Dockenburger sowieso fasziniert. Aber mein Held ist natürlich immer der Ueli Bräcker, der arme Mann vom Dockenburg, der ganz in meiner Nähe geboren ist. Und wenn ich natürlich seine Geschichte anschaue, dann ist das für mich noch etwas näher gekommen. Jetzt sind wir schon ein wenig im Dockenburg. Heute ist eben auch noch ein wichtiger Tag. Die Terrassen gehen wieder auf. Du bist Gastwirt. Ja. Du hast eine ganz gute Beize, die ich auch immer muss sagen, kann man nur empfehlen. Das Haus der Freiheit. Nicht nur der Name ist sehr gut, sondern es ist wirklich das Essen auch sehr gut. Danke. Und die Lage ist sehr schön. Ihr habt jetzt wahnsinnig gelitten. Die Corona-Politik hat vor allem Gastronomie natürlich sehr stark getroffen. Wie sind so deine Gefühle jetzt? Bringt das etwas? Bringt es nichts? Wird es jetzt? Zuerst einmal war ich einfach erschüttert, dass der Bundesrat oder unsere Politik so ein Durchgriffsrecht hat, zum Betrieb zu schliessen. Das ist für mich das Staatsverständnis oder auch, wie man gegenüber dem Staat ein Bild persönliches hat, bei mir extrem gelitten. Also das Vertrauen auch irgendwo. Ich war auch eher erstaunt, was wir alles über unsere Gesetze für Machtbefugnisse in die Hände von der Exekutive legen. Obwohl ich selber im Parlament war, wie zu dem Zeitpunkt. Du hast es wahrscheinlich noch zugestimmt. Nein, ich bin so gerne noch ein von diesen ganz wenigen. Es war eine Handvoll, die wahrscheinlich, ich weiss nicht, instinktiv einfach Nein stimmen. Weil wenn mir etwas nicht passt und viele müssen Nein stimmen im Parlament. Aber vier Monate, also gut vier Monate, vor Weihnachten, und der Bundesrat hat es also geschafft, mich wieder zu überraschen, dass wir innerhalb von relativ kurzer Zeit, jetzt hat er jetzt gesagt, Terrassen auf, und er wollte damit ja eigentlich zeigen, wir sind grosszügig, wir beginnen wieder zu arbeiten. Ehrlicherweise muss ich sagen, meine Begeisterung hält sich in engsten Grenzen. Wir machen das mit, auch um den Leuten etwas zurückzugeben, weil sie einfach eingesperrt waren und ich weiss es, auch viele freuen, dass sie wieder einmal raus können und Geselligkeit und irgendwo mit jemandem, den man gut kennt, ein Bier oder einen Kaffee trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kann sich gerne nicht rechnen jetzt in der ersten Zeit, sondern wir machen das, damit wir wieder mit den Leuten ins Gespräch können, damit wir auch können uns wieder austauschen. Aber Terrassen, ich bin letzte Woche allein auf der Terrassen gestanden und habe mir überlegen müssen, wie wir das einrichten in die Terrassen. Es ist Speisen gegangen, minus null Grad, und ich musste sagen, wenn hier jemand freiwillig herrscht, um ein Mittagsmenü zu geniessen, dann alle achtig. Aber wir müssen natürlich die Infrastruktur gleich bereitstellen. Heute sind sie aufgegangen, also wir reden jetzt am Montag, am 19. April. Heute sind sie das erste Mal aufgegangen? Sind viele Leute gekommen? Also wir haben immer Montag, Dienstag zu. Weil man uns nicht anders kennt, machen wir am Mittwoch, am 11. April das erste Mal auf. Und das ist für uns jetzt ein bisschen ein Wunder zu teuten, wie das läuft. Aber wir haben erste Reservationen. Also wir wissen, wir werden nicht allein sein. Und wir werden einfach das, was möglich ist, machen. Aber es ist eine rechte Wunder zu teuten. Ich bin ein bisschen durchs Land gefahren. Heute, weil ich noch zwei, drei Termine hatte, und habe gesehen, alle, die Terrassen hatten, hatten zwei, drei, vier Leute auf der Terrassen. Also man macht es für die, die auch das Bedürfnis haben. Aber es wird nicht einfach. Ja, ja. Also es wird sich nicht rechnen. Jetzt der Casimir Platzer hat jetzt heute gesagt bei uns, das ist der Präsident vom Gastronomie, der Gastoswissen, vom Verband. Richtig. Er hat gesagt, ja, das ist ein Terrassen-Trickli. Ist es wirklich nur ein Trickli? Ja, ich, es ist eigentlich ein Trickli, oder? Man tut ja so, wie wenn wir jetzt wieder einen Schritt in die Normalität tun haben. Wenn ich ganz hart urteilen müsste, muss ich sagen, es ist fast ein bisschen eine Zumutung, was man da, denen, die man zwangsschlossen hat, noch antun. Weil, in der Gastronomie, und ich habe das selber erlebt, die Marge sind ja so klein, dass man eigentlich, wenn man nicht kann, vollschaffen, also Einschränkungen hat, und jetzt kann man zum Beispiel, auch wenn es regnet, niemanden einlassen, sondern darf nur auf der Terrasse, dass sich das wirtschaftlich nicht lohnen kann. Und das nach einer Zeit, in der man gerne nicht hätte wirtschaften können. Also ist es im Prinzip für mich nicht einfach nur ein Trickli. Es ist fast ein bisschen eine Zumutung, dass man jemanden, der hingehalten worden ist, jetzt noch mal ein bisschen pisaksen und schrafen. Genau. Sagen wir mal, was ist eigentlich los? Ich meine, die Wirt sind in der Schweizer Geschichte wirklich wichtige Kraft gewesen, oder? Freie Ämtersturm, bei Marge aufgewachsen, Schwanenwirte, ganz wichtig gewesen für die demokratische Bewegung. Die haben sich immer gewehrt. Was ist los? Wieso haben sich die Gaststätten und die Hotelien nicht mehr gewehrt? Ja, ich kann, muss ehrlich sagen, ich bin auch erschüttert, wie wenig die Branche politisch in Bärm noch zu sagen hat. Also eigentlich gar nichts mehr. Wahnsinn. Und wenn Castro Svis zum Beispiel sogar sagt, Terrassen aufzutun, das rechnet sich wirtschaftlich nicht, macht der Bundesrat noch das Gegenteil. Statt dass er vielleicht darauf hört und sagt, ja unter Einhaltung von Schutzkonzept könnte man ja auch in den Innenräumen. Es sind ja auch andere Sachen. Fitness ist dann wieder zugelassen in den Innenräumen. Da bin ich absolut dafür. Aber wieso geht es dann nicht? Vier, die ruhig essen an einem Tisch. Ja, es ist ein bisschen wie bei den Verlegern. Sie waren früher in der Politik und haben direkt Einfluss genommen. Und Tester, meine Lebenspartnerin, die Geschäftsführerin ist bei uns im Betrieb, ist eigentlich noch die einzige, kommt sonst mindestens niemand im Sinn, die direkt mit dieser Branche noch zu tun hat. Also da sind weder Verbandsfunktionäre noch die Wirte oder Gastronome heute in diesem Ort sonst vertreten. Und so gesehen, glaube ich, müsste sich der Verband schon überlegen, wie können wir uns als Berufsstand politisch wieder ins Spiel bringen. der Kasimir Platzer, ich mag ihn gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl bekommen, er und die Bundesräte, das sind zweierlei, die hören gerne nicht mehr auf den Bund und machen lieber noch das Gegenteil. Und man hat eigentlich diese Branche abgestraft und von mir aus gesehen auch demütig. Kopfhörertau, für einen relativ kleinen Effekt, oder? Absolut. Es gibt ja eigentlich keine Studie, die zeigt, dass die Ansteckung in den Beizen ein riesiges Problem gewesen wäre. Hätten wir also die Altersreime besser geschützt als jetzt die Beizen? Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube sogar, dass man einen gegenteiligen Effekt, vor allem jetzt in den letzten Wochen, vielleicht sogar schon Monate, erreicht hat. Weil die Schweizer sind eben vielfach noch Eidgenossen. Der Staat sagt so etwas, aber ich glaube nicht, dass sich da alle daran gehalten haben. Also wir mussten den Betrieb dicht machen und haben alle Schutzkonzepte und sogar Sachen gemacht, die uns nicht gepasst haben. Mit den Masken und mit den Plexiglas-Wänden und, und, und. Eigentlich investiert in Schutzkonzepte. Nachher wären wir geschlossen. Und es hat doch jenste Regionen, und so blauäugig kann doch Politik nicht sein, hat es gegeben, wo sich die Leute dann einfach selber organisiert haben. Und zwar fernab von den Restaurants. Halt im privaten Kreis. Ohne Schutzkonzepte. Und wenn man es genau anschaut, glaube ich, das, was da jetzt, weil man die Leute verdrängt hat, aus einer öffentlichen Wahrnehmung und glücklich nach Geselligkeit lechzt, hat man eigentlich sogar wahrscheinlich einen konträren Effekt. in Europa ist es doch wieder lustig, wie die Schweiz, obwohl ich auch finde, wir haben uns zu wenig gewehrt. Aber irgendwo haben wir uns noch genug gewehrt, dass der Bundesrat jetzt doch mehr lockern musste, als die anderen Länder in Europa das machen. Ist es doch die Stimmung? Ist es eher so, dass du sagst, es ist furchtbar, wir Schweizer wehren uns nicht mehr, oder findest du weniger? Ja, so schlimm ist es. Ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits bin ich ein bisschen erschüttert, wie man das alles mitmacht in der Bevölkerung, also das geht auch bei mir selber los, dass man irgendwo, ich kann jetzt nicht sagen, die Kraft, aber die Kraft eigentlich fehlt, sich aufzulehnen, um das Ganze zu kehren. Das ist aber in der ganzen Bevölkerung staunlich, ein bisschen wie ein Kadavergehorsam. wirklich vorhanden ist und man einfach macht, was einem befohlen wird. Ob es sinnvoll ist oder nicht, wird nicht gross hinterfragt. Die Massnahmen selber, wenn man es natürlich immer vergleicht mit den schlechtesten Beispielen, dann muss man immer noch sagen, ja gut, es ist noch an sich ein pragmatischer Weg, aber auch die Schweizer haben nichts anderes gemacht, als geschaut, was läuft im Ausland und in irgendeiner Form etwas Ähnliches gemacht. Man ist ja auch nicht fähig, einen eigenen Weg zu gehen, Mehr Kraft haben wir nicht mehr. Das haben wir nicht mehr, oder? Ja. Also Schweden hat jetzt da mehr Kraft in Indien, oder? Ja. Und was dann ich halt da sagen musste, da ist jetzt wieder ein bisschen das Problem, eben, wer hat was zu sagen in unserem Land, also die Gastrobranche ist eigentlich geschlachtet oder geopfert worden, oder? Ja. Aber man hat zum Beispiel, ja, ich sage jetzt, bei den Einreisen und Ausreisen und so, nicht das gemacht, was man, wo man, wo man vielleicht hätte müssen machen. Und man hat auch vieles zugelassen, was ja am Schluss alles zugelassen hat, was auch zu betreiben. Und das sind zum Beispiel halt, ja, also, bei der Reise und bei der Einreise, ich mag mich erinnern, an die 15'000 Kosovarinnen, Kosovare, die runter sind, zu wählen. Ähm, das ist, das ist ziemlich ein legeres Regime gewesen. Mhm. Und, da ist einfach, in der Schweiz, Restaurant zu haben, aber selber, ähm, bei der Einreisebestimmung relativ locker zu sein, finde ich jetzt noch ein bisschen, äh, widersprüchlich. Politisch motiviert, oder? Ja. Oder ich meine, beim ÖV, muss man es jetzt auch ehrlich sagen, also im ÖV sitzt jetzt wahnsinnig eng, auch wenn du nach die Maske nah hast, ist wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr grösser im ÖV als in einer Beize, wo du Fisch auseinanderstellen und Plexiglas kannst eintun. Das ist sicher alles ein bisschen politisch. Aber es ist eben, was ich noch interessant finde, weisst du, es ist wie ein bisschen der Schweizer Weg. Wir gehen auch in die falsche Richtung, wie alle anderen, aber unsere Institutionen sind immer noch so, dass du nicht voll in die falsche Richtung kannst, oder? Du siehst jetzt zum Beispiel auch im Bundesrat, der Bundesrat ist eben konkurrent, also hast vier Parteien und am Schluss kann sich der Berset nicht durchsetzen. Wäre er die Angela Merkel, hätte er das jetzt durchsetzen können. Also wir machen alles auch falsch, aber wir leben eigentlich noch ein bisschen von der Vergangenheit, die schaut, dass wir es nicht so falsch machen wie die anderen. Ja, und man muss schon sehen, dass jetzt in einem Zeitpunkt ein Entscheid gefällt worden ist, der eigentlich in die Entgegenteilung Richtung läuft, was das übrige Europa macht, das hängt schon davon ab, dass es trotzdem noch Regungen und Zuckungen gegeben hat in der Bevölkerung, dass die grösste schweizerische Partei eben Druck ausgeübt hat und dass man Wort genommen hat, dass die Bevölkerung immer mehr Unverständnis zeigt gegenüber widersprüchlichen Massnahmen und Aussagen. Und eigentlich bin ich überzeugt, wenn niemand nichts gesagt hätte, dann wäre der gleiche Effekt im Ausland, auch in unserem nördlichen Nachbarn. Da musst du nicht schauen, was die Einzelbevölkerungsgruppe oder die Partei sagen, sondern dann kannst du von der Institution her das einfach diktatorisch durchziehen. Bei uns, das war für mich neu, dass wir mit dem Durchgriffsrecht so diktatorische Massnahmen verordnen können. Das ist auch eine grosse Enttäuschung. Und ich muss sagen, das muss übrigens auch politische Konsequenzen haben. Das Epidemie-Gesetz, da nützt auch nichts. Das Covid-Gesetz, darüber müssen wir nicht lange streiten. Das ist eigentlich aus der Not heraus geboren, unter anderem auch wegen wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen für Verbrechen vom Bund, wegen Zwangsschliessungen. Aber wenn wir das Problem wollen an den Wurzeln packen, dann müssen wir die weitgehendsten Kompetenzen, die man der Landesregierung eingeräumt hat, im Epidemie-Gesetz muss man schlichtweg korrigieren. Absolut. Aber ein ähnliches Thema, wo jetzt auch irgendwo plötzlich der Widerstand gekommen ist, ist das Rahmenangekommen. Das Rahmenangekommen hat die SVP als einzige Partei ganz lang bekämpft und gesagt, nein wollen wir nicht. Und die sind eigentlich recht lange mehr oder weniger allein gestanden. Man wusste, die Gewerkschaften sind nicht so zufrieden, aber man hatte immer das Gefühl, dass sie einen Kompromiss finden, damit die Gewerkschaften wieder im Boot sind. Das ist aber nicht passiert und irgendwo in den letzten Herbst, würde ich sagen, hat plötzlich angefangen überall, der Widerstand wachsen und am Freitag wird euer Bundesrat ein paar Mal nach Brüssel fahren und man erwartet eigentlich, dass er mitteilen wird, ja wir können das Abkommen nicht abschliessen. Ist das jetzt für dich als ehemaligen SVP-Präsident? Ist das jetzt ein Triumph oder ist eher eine müde Zufriedenheit oder wie würdest du das sagen? Ich glaube, der grosse Erfolg von der SVP und von den wenigen Rüfern ausserhalb der SVP, zum Beispiel Markus Somm, der in den letzten Jahren, diese Geschichte geht länger, das Rahmenabkommen thematisiert hat und auf die problematischen Punkte hingewiesen hat. Man darf immer beim Schneepflügen, der vorderste, der mal den gröbsten Schnee auf die Seite fliegt, nicht vernachlässigt. Das ist die strengste Arbeit und man macht es den anderen einfacher, aber zuerst müssen alle realisieren, um was geht es. Ich glaube heute, von aussen betrachtet, das historische Verdienst von der SVP und von den Kreisen, wo das früh thematisiert ist, damit es überhaupt erst eine breite Bewegung gibt, aber jetzt kommt das aber. Ich bin genug lang in der Politik, dass alles, was die SVP allein macht, ist nicht mehrheitsfähig und zum Schitteren verurteilt oder in dem Fall das Rahmenabkommen wäre, wenn der Widerstand nicht grösser worden wäre, wäre ich heute wahrscheinlich unterzeichnet. Der grosse Fehler, also von aussen betrachtet, war, dass sie von Seiten der Befürworter des Abkommens und namentlich von der Seite der Europäischen Union die arbeitsrechtlichen flankierenden Massnahmen thematisierten und damit Gewerkschaften geweckt haben. Und wenn ich jetzt ein bisschen gerne will salopp sein, haben es eigentlich Gewerkschaften. Ähm, beerdigt. Ja, da würde ich ja sagen, aber vor allem ist natürlich jetzt aus Sicht der EU auch unverständlich gewesen, die flankierenden Massnahmen sind natürlich auch das Ziel gewesen. Oder, ich meine, wir wissen das auch, du weisst es auch, es sind ja süddeutsche Gewerbetriebende gewesen vor allem, CDU-Leute, die lange immer Druck gemacht haben in Brüssel und gesagt haben, wir wollen die Opferdeckel in der Schweiz anbieten, die blöden Nachttage und so weiter. Der Widerstand ist ja von dort gekommen. Das Rahmenabkommen war Standort auf diese Anliegen. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Lohnschutz so zum Thema geworden ist. Und darum haben wir ja auch immer gesagt, aber das war natürlich eine andere politische Einstellung. die Personenfreizügigkeit. Die Personenfreizügigkeit ist ein Konstruktionsfehler. Wenn wir, und dann haben sie ja wieder die flankierenden Massnahmen müssen, um ihre Arbeitnehmerrechte oder die Löhne und so weiter zu schützen. Und es ist aber ja inkonsequent. Also es tut sich eigentlich wie ausschliessen. Also wir waren immer die, die sagten, wenn ihr Personenfreizügigkeit wollt, liebe Gewerkschaften. Aber was ist passiert? Immer gegen den Widerstand der SVP sind Gewerkschaften von den Befürwortern, die bilateralen Eise wollten und die unselig Verknüpfung gemacht haben, sind Gewerkschaften gekauft worden. Und der Preis waren die flankierenden Massnahmen. Und jetzt sind die eigenen Leute, also die Leute, die jetzt wieder die Fahnen überheben für das Rahmenabkommen, das sind sehr oft jetzt so Freisinnige, Fialas und sonstige CVP-Altbundesrätinnen das sind genau die Leute, die das bastelt haben, wo sie jetzt eigentlich selber darüber stöcheln, dass es kein Rahmenabkommen wird geben. Absolut. Und dann hat es für mich noch ein Phänomen gegeben, das ist für mich historisch gesehen etwas, wo mir das Herz aufgelassen hat. Es gab neue Bewegungen, völlig losgelöst von der SVP. Wie heisst es? Kompass Europa. Kompass Europa und Autonomie Suisse, oder? Genau. Zum Beispiel hat Heini Fischer, Verwaltungsratspräsident von HILTI, Herr Gantner, ein Unternehmer. Leute, die eigentlich mit uns sonst keine grosse Berührungspunkte haben und überhaupt nicht der SVP zuzuordnen sind, haben das Rahmenabkommen entdeckt, dass der Souveränitätsverlust und die DNA, die das Abkommen mit sich bringt, dermassen eine Fehlkonstruktion ist, dass der Widerstand viel grösser geworden ist und ich eigentlich sogar der Ansicht bei der SVP muss sich ein bisschen zurücknehmen, der Widerstand ist so schön und breit geworden, dass ich glaube, auch wenn sie es jetzt durchdrücken, wir können inhaltlich in einer Volksabstimmung, wenn das breit diskutiert werden müsste, weil es unter irgendwelchen Zugeständnissen im Parlament noch eine Mehrheit gegeben, sind wir gerüstet, dass man das mit Argumenten vor der Schweizer Bevölkerung vertreten und beadigen kann. Sag mal, du hast etwas Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, neben der SVP sind noch andere Kräfte entstanden und das hätte jetzt wie eine Mehrheit gegeben. Ja. Das ist ja eigentlich das Thema von der SVP sowieso, seit 30 Jahren. Mit etwa 30 Prozent sind ihr aber immer eine starke Minderheit, aber ihr seid eine Minderheit. Und viele Leute haben immer gesagt, auf der bürgerlichen Seite, auch ich, ja, guck auf den Deckel, schaut doch, dass ihr wieder eine bürgerliche Mehrheit herbringt und selbstverständlich sind die anderen auch die Schuld, aber ihr sind auch die Schuld. Warum hat das nicht häufiger geklappt? Weil, ich meine, ich sage es jetzt ehrlich, die meisten Positionen sind ja vernünftig, die ihr brachte und es sind bürgerliche Positionen, die eigentlich sollten mehrheitsfähig sein in der Schweiz. Kopf und Deckel, was ist falsch gelaufen? Es ist schon mit 1992 zu tun. Der Schock, wo die EWR Befürworter und da ist halt die ganze Wirtschaftsspitze der Schweiz, die ganze politische Elite in Bern und die ganze Medien, Verlagshäuser sind alle auf dem falschen Fuss verwischt worden und es hat ab dem Zeitpunkt ist ja der Aufstieg der SVP auch in den Kantonen. Hans Ulmer, der früher Präsident war, hat mir gesagt, dass es eigentlich wie ein stilles Abkommen gab zwischen CVP und SVP. In diesen Kantonen, meistens katholische Innerschweizer, Ostschweizer Kantone, wo es CVP gab, hat es SVP gerne gegeben und die SVP ist dafür mehr im Mittelland, in den reformierten Kantonen vertreten. Und dann ist die Europa-Frau gekommen, wo ja so gerne Carlo Schmid als Innenrädler als CVP-Präsident musste, haben die Rehwehr vertreten, haben gegen den Willen, haben ja alle gemerkt, die FDP ist mit fliegenden Fahnen voraus und und dort ist eigentlich so ein bisschen der Aufstieg von der SVP, von viertgrössten zu grössten Partei, von Städten gegangen, aber zugleich natürlich auch, das ist ein Phänomen, wo über all die Jahre mit jedem Prozent, wo wir mehr gewonnen haben, eine Verbitterung und Abneigung und eine Bekämpfungskultur bei unseren natürlichen Verbündeten hervorgerufen hat. Und da sind die auch nicht auch die Schuld gewesen? Weisst du, Hachsinnige und Linken und Nette, du kennst ja die Diskussion gut. Natürlich sind wir in Nachkampf. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass irgendwann die Verbitterung, die da rum war, hätte ich überwunden werden können. Aber ich habe es ja selber gesehen, auch in Bundesbern, immer wieder ist die Europapolitik zum Prüfstein geworden und immer wieder waren wir allein und haben eigentlich in den allermeisten Fällen keine Mehrheiten mehr finden können nach dem Mehrwert, nein, aber immer fast die Hälfte der Bevölkerung auf unserer Seite und sehr oft sogar dann auch bei den harten politischen Auseinandersetzungen, da sprich jetzt Migrations- und Zuwanderungspolitik, was natürlich dann zum Teil im Widerspruch war zu dem, was die etablierten Parteien wollten. Das war die Massenzuwanderungsinitiative namentlich, die dann natürlich immer wieder für so den Disput gesorgt hat. Ich gebe gerne zu, man hätte fähig sein müssen, die Fragen mehr voneinander zu trennen. Aber ich habe natürlich gemerkt, da sind dann auch existenzielle Fragen für die anderen zwei bürgerlichen, heute würde ich sagen, mit den Parteien FDP und CVP, nämlich zum Beispiel die Wahl von Christoph Blocher, die Abwahl von einer bestehenden CVP-Bundesrätin. Wir können jetzt dann wieder irgendwann in das gleiche Fahrwasser, wenn es darum geht, wie legitimiert der Freisinn, so wenn er sich momentan entwickelt, längerfristig einen zweiten Bundesratssitz. Und es ist ja immer nachher ein bisschen ein Kampf um Wähleranteile. Und eigentlich müsste man fernab von diesen klindlichen Fragen, und ich bin eigentlich noch stolz gewesen, die letzte während der Corona-Zeit ein bisschen aufgeräumt bei mir zuhause und habe ein wirtschaftspolitisches Papier gefunden, das ich noch zusammen mit FDP und CVP, mit den Fraktions- und Parteichefen unterzeichnet habe. Hätten wir das alles durchgezogen, wäre ein wunderbares Fundament für eine Revitalisierung und für eine Entschlankung der Schweizer Bürokratie. Ein bisschen die Zurückdrängung vom Staat und ein bisschen ein Ausbau der Freiheit. Aber momentan läuft alles ins Gegenteil. Aber es ist eigentlich komisch, das ist etwas, das ich nicht verstehe. Erstens glaube ich eben, das, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt so viel ein grösserer Widerstand ist gegen das Rahmenabkommen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das sollte ja eigentlich auch die Zusammenarbeit zwischen den bürgerlichen Parteien erleichtern. Weil irgendwo der Freisinn ist jetzt auch gespalten, was das Rahmenabkommen betrifft. Also die Mitte-Partei eigentlich auch. Gerhard Pfister ist nicht Fan, das wissen wir. Eigentlich sollte es ja viel einfacher sein. Und dann kann man noch etwas Zweites, ganz Wichtiges natürlich sagen, auf das können wir nachher noch sprechen. Christoph Blocher ist nicht mehr in der Politik so aktiv wie auch schon. Und natürlich, das wissen wir beide sehr gut, Christoph Blocher war eine so überragende Figur in den letzten 30 Jahren. An dem haben sich viele halt Zäh ausbissen. Und es war wahnsinnig schwierig, irgendwo auch zuzugeben, dem zuzugeben, du hättest recht gehabt. Das ist ja glaube ich fast schwierig. Also ich finde gerade die Leute, die du jetzt angesprochen hast, es ist fast persönlich geworden. Man hätte nicht Christoph Blocher können sagen, du hättest recht gehabt. Ich glaube, wenn Christoph Blocher nicht recht gehabt hätte, dann wäre es ihnen viel leichter gefallen zu sagen, komm Christoph Blocher, wir machen wieder alles schön und so. Dann wäre es gut gewesen. Die Leute können dir immer verzeihen, wenn du falsch gelegen bist. Aber wenn du recht gehabt hast, das können sie dir nie verzeihen. Genau. Ich sehe es gleich. Ich glaube sogar, mit den Kreisen, die jetzt das Rahmenabkommen ablehnen, und das geht jetzt wirklich weit in alle Parteien hinein, ist eigentlich eine vernünftige Grundlage gelegt, dass man sich bewusst ist, die Schweiz ist ein Sonderfall. Das hätte man ja lange auch nicht sagen dürfen. Die Souveränität, wie wir sie leben, ist das höchste Gut. Und dass wir keine fremden Richter und kein Automatismen aus der Europäischen Union wollen, das hätte sich auch etabliert. Sonst könnten wir Mitglied werden, und das ist ja gar kein Thema mehr. Und ich glaube, wenn man nämlich die anderen grossen Fragen, die politisch relevant sind, die auf uns zukommen, also jetzt natürlich wieder die ganze Finanzierung, also die Geschichte der Verschuldung, die ganze Frage des Finanzplatzes, die ganze Frage der Sozialversicherungen, der künftigen Sicherung der AHV. Wenn man sich da zusammenreisst, dann ist eigentlich für mich klar, müsste das eine bürgerliche Allianz geben von denen, die den Staat immer noch möglichst schlank behalten wollen, und die die Freiheiten und auch die Errungenschaften der Schweiz im Mass sichern wollen. Aber das ist immer ein Gehen und ein Nehen. Und das schaffen wir nicht? Was ist dein Eindruck? Das glaube ich, könnten wir eben schaffen. Das wäre eigentlich eine Grundlage, wo man könnte sagen, wenn man jetzt den Mut hätte, das Rahmenabkommen zu beerdigen, dann sind wir alle uns bewusst, wir müssen uns innenpolitisch auf Vordermann bringen, wenn wir als souveränen Staat bestehen wollen. Dann haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu lösen. Und ich muss auch sagen, es hat vielleicht mit der Frage von Christoph Blocher zu tun, eine kleine Entspannung zu üben wie drüben. Auch in den Animositäten und in den ... Ich glaube, da müsste man vielleicht sogar sich überlegen, wie kann man da ein bisschen wieder darauf hinschaffen. Also der Hans Ullmann, mein Vorvorgänger als SVP-Präsident, ist sogar jeweils noch mit allen Parteipräsidenten gewandert. Man darf so Sachen manchmal ... Ich sage jetzt nicht, man muss wandern, aber dass man ausserhalb auch vom politischen Betrieb in Bern mit gewissen Leuten einen Kontakt pflegt, dass man sich auch menschlich vertrauen kann, ist für mich eigentlich immer das Fundament, dass man nachher auch politisch weiterkommt. Gut, dann gibt es jetzt die Leute, die sagen, ja, das stimmt, das ist alles schön, Toni Brunner ist sicher ein guter Typ usw. Aber eben, die Chiesa sagt, die FDP-Bundesräte müssen um ihre Wiederwahl zittert, wenn sie da die Corona-Politik weitermachen. Christoph Blocher sagt, das ist diktatorisch, wie der Bundesrat herrscht. Und dann kommen ja, du weisst, wie es läuft, dann kommen alle Medien und sagen, ja, gesehen doch die SVP. Also die Medien haben natürlich seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, als immer zu sagen, die SVP ist der Störsender. Was sagt er jetzt zu denen? Aber es ist wahr, oder? Also wenn die robusteren Bemerkungen kommen, die in der Schweizer Politik kommen, entweder von der SP oder von der SVP. Und die FDP und das EVP und die Mitte, ich habe mich nicht gerade gewöhnt, tut mir leid, findet dann immer wieder, eben mit euch kann man nicht zusammenarbeiten, ihr könnt die ganze Zeit uns einfach schlecht einstellen. Ja, aber wie die jüngsten Vorwürfe, sie sind eben alle nicht falsch. Es ist vielleicht ein wenig die Frage, wie man es sagt. Aber ich finde halt inhaltlich, habe ich jetzt nichts Falsches gehört. Nein, ich auch nicht. Was war in den letzten Monaten? Das war eigentlich eine Diktatur. Nur hat es niemand so gesagt. Wenn es einer sagt, dann ist es wahrscheinlich einer der SVP und das war Christoph Blocher, der es in den Mund genommen hat. Und dann wird er attackiert. Die FDP-Bundesräte sollen sich jetzt noch ein bisschen im Riemen reisen. Ja, ich bin natürlich davon ausgegangen, wir hätten ja jetzt zwei SVP und zwei FDP-Bundesräte, die vier Stimmen von sieben geben. Und wieso ist es nicht möglich, dass es da nicht eine Allianz gibt, die zum Beispiel in der Corona-Politik einen Stempfel aufdrücken würde? Ähm, jetzt, die, eben, das sind für mich immer ein bisschen Mimäuschen, wo das, aber ich weiss schon, da gibt es eine Geschichte dahinter und das wird also jedes Mal wie empfunden. Aber ich finde halt, wir müssen auch nicht so tun, wie wenn es das nicht möglich hätte. Wenn ich in Deutschland die Schlagabtäusche anschauen würde, da wird ja persönlich, auf der persönlichen Ebene noch viel aggressiver und die sitzen ja zum Teil im gleichen Kabinett. Jetzt sind sie dann wieder Gegner. Ja, SPD und CDU und CSU und so, packen jetzt zusammen in der Regierung. Gut, aber es ist halt mehr ein Theater, oder? Die Schweizer sind natürlich schon etwas anders, oder? Es ist unsere Mentalität. Wir sind schon ein Herzlacher, und wir sind natürlich schon sehr Harmoniebedürftiger, oder letztlich. Das stimmt. In diesen verschiedenen Tälern, du kennst das besser als ich. Ja. Irgendwo sind wir alle zwar füreinander, äh, eigen, aber irgendwie, wir haben nicht so gerne, wenn wir zu offen streiten. Das ist richtig. Aber gleichzeitig glaube ich auch, weisst du, das ist natürlich immer auch ein wenig im Vorwand, das ist logisch. Aber das Problem finde ich ist, sowohl die Mitte wie auch die FDP haben starke linksbürgerliche Kreise. Und die wissen ganz genau ihr Leben. Sie sind eigentlich eine Minderheit in diesen Parteien. Aber sie als Minderheit haben jetzt einen überdurchschnittlichen Einfluss, solange dass die SVP für die anderen nicht bündnisfähig ist. Das ist für sie, für die linksbürgerlichen, ist das super. Dann können sie immer mit der SP paktieren und sagen, wir sind ja eigentlich bürgerlich, aber eigentlich sind sie ja Sozialdemokraten. Richtig. Aber sie müssen das natürlich auch bewirtschaften. Und ich glaube, ja, wenn man euch einen Vorwurf machen kann, würde ich sagen, ja, ihr geht schon zu häufig in die Falle rein. Zu häufig macht ihr eigentlich das, was die linksbürgerlichen wahnsinnig gerne. Oder jetzt auch beim Rahmenabkommen ist eigentlich meiner Meinung nach saugutes gewesen, dass die SVP jetzt gar nicht mehr viel gesagt hat. Lass doch den Gantner reden. Lass den Bertschi reden. Lass die Gewerkschaften reden. Das war super. Nichts ist passiert und die linksbürgerlichen, du merkst ja, sie sind verzweifelt. Und wenn die SVP jetzt ein paar Mal reingehauen hätte, hätten sie wieder die SVP isolieren können und die Gewerkschaften hätten dann das Gefühl gehabt, ja, mit diesen Gräuseln können wir ja nicht zusammenarbeiten und so weiter. Ja, sie sind da völlig plötzlich in der Defensive gewesen. Das stimmt. Wahrscheinlich hat es auch etwas zu tun mit Cleverness und wie man die Zukunft bestritten muss. Manchmal war ich immer der, der gesagt hat, also wenn man nicht mehr offen aussprechen kann, was man denkt oder wie man sich fühlt und auch wenn es einmal etwas wehtut. Aber es hat damit zu tun, die Schweizer sind Harmoniebedürftig. Das geht sogar so weit, dass man uns zumal demütigte mit der Abwahl von Christoph Blocher und eine Bundesrätin gewählt hat, die wir nicht mehr wollten. und ich dann nachher als Präsident gespürt habe, wir sind gerne fähig für die Opposition, weil unsere eigene Basis und auch unsere Mandatsträger wollen in der Regierung vertreten sein. Selbst die eigenen Leute, also gibt es für uns gar keine Option. Die Pandemiezeit wäre wieder eine herrliche Zeit gewesen und ich muss sagen, was haben wir in so einer Regierung, bei so Diktatoren, verloren. Aber ich weiss, unsere Leute hätten es nicht gern, wenn wir am Rand wären und es wäre natürlich für das Land selber auch nicht gut, weil es würde uns nicht weiterbringen. Ich habe auf Deutsch gesagt, und du weisst es genauso gut wie ich, ohne Ueli Mourer, wäre die Politik in eine völlig andere Richtung gegangen, wäre viel schlimmer gewesen. Ueli Mourer war der einzige, der letzte Morikaner, der das aufgehalten hat. Und du hast vorher die Abwahl von Christoph Blocher beschrieben. Ich habe mich eigentlich nie mit dem versöhnen können. Letztlich habe ich immer gefunden, Christoph Blocher, du hättest schauen, dass du nicht abgewählt wirst. Die anderen sind gemein, aber das hast du gewusst. Sie sind gemein. Und wie siehst du das eigentlich? Was war da die Schuld? Wer war da die Schuld? Ja, nicht nur die anderen, wir selber auch. Aber es ist, da hat es Vorgänge gegeben und ich habe die Haut nahe miterlebt. Ich meine, ich bin ein kleiner Bergbauer aus Toggenburg, aber ich habe also auch die Staatsanwaltschaft, ausserordentlich Staatsanwalt erlebt, wo auch ich dann noch auf dem Buckel hatte, wegen sogenannten Amtsgeheimnisverletzungen und so. Und das ist alles in einer Zeit hinein passiert. Also die Vorgeschichte war die, wenn ich es zusammenfassen müsste, warum Christoph Blocher abgewählt worden ist, etwa nach zwei Jahren, nachdem er im Bundesrat war, habe ich gespürt, das war jetzt ein Todesurteil, wo er mir gesagt hat, Toni, jetzt habe ich dann mein Departement im Griff. Schon zu einer Zeit, in der er 17 bis 19 Prozent vom Budget im EOPD eingesparrt hat, aber er musste zur Kenntnis nehmen, die anderen gehen es gleich wieder raus. Jetzt fange ich mich an zu kümmern um die anderen. Das ist sein Todesurteil. Das ist klar. Er hat es gemacht und das waren dann solche Bundesräte wie der Herr Leuenberger, der Herr Guspe. Und der Leuenberger musste ja diese Geschichte Eierkomm von Irland zurücknehmen, die auch eine Verlochungsaktion von Milliarden wäre, weil Christoph Blocher das verhindert hat, weil man schon mal ins Fettnäpfchen in Italien mit der Swisscom gewandert ist. Der Herr Guspe hat mal Vorlagen zurücknehmen, wo Christoph Blocher mitbricht. Ich weiss ja, dass Christoph Blocher nächtelang selber das Dossier gewälzt hat, er ist einmal um drei aufgestanden. Er hat gesagt, du bist nicht gepickt und er hat gesagt, das ist notwendig, ich komme, die war immer so spät rüber und die weinen, sie kommen mich überfahren und er hat immer noch mitbricht. Wie kein anderer Bundesrat hat er seine Arbeit ernst genommen und dann ist er nicht stark geworden. Und dann hat es einen Vorgang gegeben, der ist für mich in der Schweizer Geschichte fast einmalig. Dort bin ich eben näher dabei zu gewesen und dann ist dann wieder der russerordentliche Staatsanwalt in Spielchen. Da ist dann im Zuge von einer Untersuchung über die Strafverfolgungsbehörden der Schweiz, da hat es plötzlich eine Subkommission gegeben, die Umstände des Rücktrittes vom Bundesanwalt Rorschacher und die Rolle des Bundesrates. Und dort hätte man ja in einem eigentlichen Putsch Christoph Blocher noch vor den Wahlen 2007, das war im September, alles gut getimt aus dem Amt zu jagen als Justizminister, der an Komplott beteiligen soll. Sie hat sich ja nachher dann alles in Schall und Rauch, das war der Fall Hohleweger auch noch, alles hat sich ja da in Schall und Rauch aufgelöst, aber es war ein erbitterter Krieg, man wollte dann schon aus dem Amt haben, bevor die Wiederwahl kam. Und wir haben da auch nicht auf Versöhnung gemacht, sondern wir haben den Kampf angenommen und das ist natürlich sehr provokativ gewesen. SVP wählen, Christoph Blocher stärken. Das war klar, wir haben nachher die Wahlen gewonnen, aber dann würde ich sagen, nachher haben wir alles falsch gemacht. Und nachher haben wir nicht zur Versöhnung beitragen, sondern wir haben die Wahlen so klar gewonnen, dass es für uns klar war, wir haben keine Vakanz und die können uns nicht. Aber das war schon unglaublich naiv letztlich. Also ich habe sie ja dort auch so gesehen, aber eigentlich war es naiv, es war eigentlich klar, hey, jetzt haben wir so einen Triumph, jetzt kommt Drache. Es war vor allem naiv, weil Drache schon lange gelaufen ist und wir haben sie nicht so gemerkt und nicht wahrgenommen. Ich habe eine unglaubliche Geschichte, die mir zugetragen worden sind, wie ein nicht Wochen vor der Bundesratswahl, sondern Monate vorher, minutiös der Plan, wie man Christoph Blocher aushebeln könnte, entstanden ist. Und da waren die anderen Parteien involviert, also namentlich mit den Links. Und wir sind effektiv, wir sind drittrampelt, das ist unser eigenverschulden, aber der Christoph Blocher ist da eben auch bereit gewesen und wir haben den Fatalismus eigentlich auch oder ich habe den nicht verhindert, dass wir gewusst haben, das kann die Wiederwahl kosten. Und die anderen haben ja dann gesagt, ja wir würden ja nicht euch keinen Zweiten geben, sondern wir sagen einfach, wer das ist, mit was sie dann nicht gerechnet haben. Und das hat dann eine Verhärtung gegeben von den ganzen politischen Fronten. Für Jahre ist natürlich gewesen, dass wir dann die Kraft gefunden haben, uns zu trennen von dem faulen Nein, das uns ins geht. Wenn du jetzt mal die Bilanz wirst ziehen über die letzten 30 Jahre eben, wo stark von Christoph Blocher geprägt worden sind. Du selber ist 1995 als damals jüngster Nationalrat gewählt worden. Ich kann mich gut erinnern, was du vorher erzählt hast, im Fernsehen hat Christoph Blocher auch irgendwie erfahren, dass du jetzt gewählt worden bist. Ich glaube, er hat dich wahrscheinlich noch nicht gut gekannt und so und hat wirklich, ich kann es so sagen, eine scheisse Freude gehabt. Das ist ja typisch, weil ein junger Bauer hat da natürlich eine Freude gehabt. Also die ganze politische Karriere, die du gemacht hast, war immer mit Christoph Bloch. Jetzt würdest du sagen, was ist jetzt die Bilanz von dem kleinen Christoph Bloch erlebt und es geht ihm gut. Aber wir können jetzt nicht darüber reden, als wäre er nicht mehr da. Aber grundsätzlich, wie würdest du diese Bilanz ziehen? Ich bin natürlich eines der ersten Produkte, die eingespült worden ist als Spätfolge von dieser EWR-Abstimmung, wo die SVP neue Marktfelder europapolitisch eben auch in die Kantone. St. Gallen ist auch so ein, wir 1992 die SVP gründet. Ich war Gründungsmitglied. Ich bin dann zufällig, weil ein älterer Arzt ab der Liste ist, auf die Liste kam. Wie viel ist der Wähleranteil jetzt im Kanton St. Gallen? In St. Gallen zufällig war ich, weil ich schon ein grösseres Netzwerk hatte, vor der Gründung her und als Vizepräsident der St. Gallischen Landjugend, immerhin auch 900 Mitglieder über den ganzen Kanton verteilt. Ich bin dann gewählt worden und muss ganz ehrlich sagen, Christoph Bloch ist immer von Anfang an auf Augenhöhe. Ich habe ihn ja auch nur gekannt aus den Medien. Und ich bin schon 92, gehe Traktatli verteilen an den Veranstaltungen. Ich weiss heute noch nicht, was mich innerlich antreibt, aber ich habe da gespürt, jetzt geht es um unsere Zukunft. Wenn ich natürlich schaue, Christoph Blocher hat die Politik, und das bin ich auch gross dankbar, dass ich diese Epoche miterleben durfte. Hautnach. Er hat die Politik in der Schweiz bestimmt und die anderen vor sich her treiben in einem ungeahnten Ausmass. Ich meine, wir müssen sehen, man kann schon sagen, die SVP hat immer ein bisschen verloren und keine Mehrheiten und Allianzen können, aber man muss vielleicht gleich schauen, wo steht die Schweiz heute im Vergleich zum übrigen Europa und das hat einen Namen, das ist Christoph Blocher. Indem er den Widerstand angeführt hat für einen möglichst eigenständigen Weg, weit weg oder unabhängig von der Europäischen Union und das ist natürlich etwas, wo wir in 100 Jahren, wird man in den Geschichtsbüchern nur noch einen Politiker in dieser Epoche finden, wo es noch verdient hat, dass er erwähnt wird und das ist Christoph Blocher. Was ist ihm misslungen oder was ist die grösste Niederlage von Christoph Blocher? Gut, der unsäglich oder unglaublich grosse Einfluss, den er natürlich hatte, hat Widerstände geweckt und es ist sich immer zu überlegen im Nachhinein, wo hätte man im richtigen Moment noch grössere Allianzen für ein noch höheres schmieden können. Es ist aber ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, weil er ist natürlich am Schluss auch dank dem Erfolg, den er hatte, auch zu einem natürlichen Findbild für den politischen Gegner aus jedem Lager. Und ich weiss gerne nicht, ob es möglich gewesen wäre. Es hat so Phasen gegeben, wo er zum Beispiel im Bundesrat war, hat er eigentlich Freunde und Finde attestieren und trotzdem hat man ihn weggeputzt, dass er auch von seinem Führungsstil übrigens, auch von seiner inhaltlichen Politik hat er absolut in eine Landesregierung gepasst und er hat diese Rolle gut wahrgenommen. Es sind da einfach im Umfeld ein paar Geschichten gelaufen, wo dann eigentlich von mir aus gesehen sind es eher ein paar Bagatellen gewesen, aber er hat seine Funktion, hat er als Mitglied der Landesregierung gut erfüllt. Und es ist eine ewige Frage, auch heute noch, wenn ich mit ihm zusammen bin, wo ich eigentlich die Antwort noch nicht drauf habe. Ja, ich behaupte persönlich, er hätte dem Land mehr gebracht und ich bin eigentlich erschüttert und traurig, dass wir das nicht angebracht haben, wenn er noch zwölf Jahre in dem Bundesrat hinein gewesen wäre. Oder nie gegangen wäre im Bundesrat. Ich finde, es ist beides, oder? Entweder hätte er nie sollen sich nominieren lassen für Bundesrat und zum Beispiel dort den Vortritt dem Ueli Maurer geben, aber Ueli Maurer hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, er wäre wahrscheinlich nicht gewählt worden. Es hätte der Blocher sein müssen. Es ist hier ganz, ganz. Er wollte entmachten, natürlich. Das kenne ich es dir auch. Genau. Oder dann, genau wie du auch sagst, hätte er zwölf Jahre bleiben müssen. Aber dort glaube ich, und ich würde schon sagen, einer der grossen Fehler war einer, der war. Und das hat natürlich mit seinem Supertalent zu tun. Die Partei, die du vorhin geschildert hast, die eben im St. Gallen von 0 auf 35 geht, ich meine, da ist dein verdienst auch gross. Aber letztlich ist die ganze Wandlung dieser Partei von 11 Prozent auf eine Partei von 30, Christoph Blocher. Absolut. Und als er in den Bundesrat gekommen ist, hätte er sich von der Partei zurückziehen müssen. Das wollte natürlich vor allem Gusbain. Das wollten die Freisinnigen unbedingt. Weil das ist ja eigentlich ihr Deal gewesen. Sie haben gemeint, wir wählen den Bundesrat. Und dann kann er nicht mehr die Partei führen. Und dann haben wir die SVP mal ein bisschen mehr im Griff, oder? Kannst du sagen, das ist zynisch. Andererseits hatten sie auch ein bisschen recht, weil in der Schweiz ist es ein bisschen so. Wenn du in den Bundesrat gehst, musst du ein bisschen dein Parteikleid hinterstellen. Ja, ja, gut. Aber muss ich natürlich sagen, niemand macht das. Sonst hätten wir nicht die Klüngelwirtschaft in der Besetzung der Staatsposten, die alle gemacht haben. Und die CVP auch sehr ausgeprägt. Ja, das stimmt. Also die Mitte. Was Christoph Blocher, und jetzt kommt eben ein grosser Unterschied zu allen anderen. Natürlich würden wir erwarten, jetzt ist er drin, jetzt wird er dem alles unterordnen. Und das ist eben nicht Christoph Blocher. Das stimmt. Aber nicht gerade alles, aber vielleicht ein bisschen mehr. Und er hat für mich, auch in der Personalpolitik übrigens, wie alle SVP-Bundesräte, viel zu viel Rücksicht genommen. Die anderen Parteien, namentlich die Linke und Mitte, machen es dann völlig gnadenlos, wenn es um Besetzung geht. Schamlos. Schamlos. Also, wir haben es ja jetzt wieder gesehen. Okay. Der Christoph Blocher hat halt in letzter Konsequenz... Ähm... Gut, man kann jetzt sagen, wieso wollte er im Bundesrat gehen. Aber er hat nicht der unbeendige Wille gehabt, alles zu machen, damit er auch sicher drin bleibt. Weil... Er hat doch im Bundesrat gerne in dem Sinn überrascht. Ähm... Vielleicht hat er... Da ist eben die Hoffnung gewesen, dass er sich dort äh... domizilieren lassen. Also, die... Und er hat ja eigentlich aber sich selber treu geblieben. Und... hat sein Ding weitergezogen. Und das ist nicht gut angekommen. Das kann man sagen. Hört sich das für einen Bundesrat? Er hat sich also immer im Rahmen von dem bewegt. Mhm. Wo muss möglich sein? Und... Dass die anderen die Grösse nicht haben. Und das ist eher eben ein bisschen... eine Systemfrage, wo ich mich schon gefragt habe. Wieso wählt man in der Regel nur die Durchschnittlichen? Die Eingemitteten? Und bei den Bürgern hat man das früher natürlich schon nicht gemacht. Oder früher sind das schon... Ich meine bei der CVP und bei der FDP auch bei der SVP die Berner SVP-Bundesräte das sind schon Büffel gewesen. Das waren die starken Leute in eurer Kantonalpartei Bern. Früher, finde ich, haben die Bürgerlichen eigentlich bei der Bundesrat schon noch starke Persönlichkeiten. Da hat man aber auch bei der SPP etwas ausgelesen, dass sie dann ein bisschen bürgerlicher gewesen sind. Bei der SPP hat man immer die Schwächeren gehabt. Und hat dann einmal den Rottostich ausgepackt und so. Aber der war ja eigentlich ein Unfall. Den haben sie ja gar nicht. Ja genau. Aber ich möchte vielleicht noch zum Schluss etwas ganz anderes besprechen. Das Dogenburg. Weil das liegt mir am Herzen. Teil meiner Familie kommt auch aus dem Dogenburg. Ich finde das Dogenburg wahnsinnig speziell. Auch als Historiker finde ich es sehr speziell. Es sind wirklich meiner Meinung nach die armen Siechen. Die haben immer, gerade wenn es vergleicht mit den Appenzeller oder so, Dogenburger wollten immer frei sein. Die wollten immer einen eigenen Kanton sein. Die wollten sich immer von diesem blöden Fürstabtei St. Gallen lösen und haben es nie geschafft und sind eigentlich auch immer ein bisschen betrogen worden von den anderen Eidgenossen. Prägt dich das? Was ist das das Gefühl von Dogenburger? Es geht ja weiter bis heute. Ja, immer. Ich komme immer darunter. Wenn ich ein bisschen muss einfach beobachten, wenn ich schaue, wie Dogenburger immer in einem eher kärglichen Gebiet schaue. Zuerst einmal sind sie mit sich selber beschäftigt und haben ganz einen eigenen Geist und Willen. Und trotzdem ist genau das. Man ist ständig ein bisschen Untertanengebiet oder Spielball oder am Schluss halt auch Opfer, wenn man es anschauen will. Oder wenn man heute Ueli Bräker, der arme Mann von Dogenburg liest, 1735 bis zur französischen Revolution, 1798, wo er noch gestorben ist, wie da einfach fremde Feldherr gekommen sind, die jungen Dogenburger einsammeln. Und wir noch haben müssen, für Friedrich des Grossen, der uns überhaupt nicht interessiert hat, noch kämpfen in Berlin. und der Ueli Bräker, das ist für mich auch ein bisschen sinnbildlich. Wir haben uns viel zu viel instrumentalisieren von allen Seiten und hatten die Kraft nie gehabt, weil wir halt auch mengenmässig jetzt nicht ein wahnsinniges Gebiet gewesen sind, wo sich auch nicht so um die Verbündeten gekümmert hat. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn er ein bisschen eigenbrödelisch unterwegs war, dass wir dann nachher der Ueli Bräker in Wildhaus oben kamen, der ins Tal runter schaut, nachdem er über Prag nach Hause ist, desertiert und uns ins Tal sieht und Tränen rüberkommt und sagt, oh Herr Jeminei, welch eine Freiheit, nein, 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 werde ich dich wieder je verlassen, mein Tockenburg. Das ist eine Man kann alles machen, aber das Tockenburg, das ist ein Herzensangelegen. Was ist der Tockenburger? Was zeichnet der Tockenburger aus? Man würde von aussen betrachtet wahrscheinlich sagen, ein Sturkopf, ein eigenbrödelischer, ein einfach zugänglicher. Er redet er gern? Er redet nicht gern. Also du bist nicht so typisch in dem Fall? Nein, ich rede auch nicht. Ich rede nur da. Nein, du redest gern. Du kannst auch gut reden. Nein. Aber der Tockenburger ist unglaublich. Er hat einen hohen Arbeitsethos. Er arbeitet viel. An Katholiken? Nein. Das ist eben noch interessant. Als Tockenburger heute ist es eben nicht einfach reformiert oder katholisch, sondern Wildhaus ist eher reformiert, Alt-Sanktian eher katholisch, Unterwasser auch, Stein auch, Neslau ist eher reformiert, Eberkappel ist eher reformiert, Wattwil ist eher reformiert, Leichtersteig ist eher katholisch. Ich habe jedes Dorf. Und früher konnte man den Wähleranteil von der CVP oder der FDP über den Konfessionsteil legen und das hat fast gestimmt. Also wenn einer Brunner heisst, weiss man, der ist reformiert oder gibt es Brunner auch katholisch? Nein, die sind vor allem reformiert, ja. Und wir haben auch Geschlechter hervorgebracht aus dem Tockenburg, wo wir uns nie zutrauen wollen. Zum Beispiel sind wir im Tockenburg immer eine Randerscheinung gewesen. Bis heute gab es Sozialisten nie und trotzdem gibt es Tockenburger mit dem Geschlechterrot. Das ist eben meine Familie. Das weiss ich doch. Aber sag doch mal, den Appenzeller wird mich noch unternehmen. Ich meine, die Appenzeller ist jetzt ja touristisch sehr gut. Die verkaufen sich zum Beispiel viel besser als Tockenburger. Wieso könnt ihr das nicht? Eure Gegend ist genau gleich schön. Es ist nicht nur genau gleich schön. Es ist schöner natürlich. Es ist schöner, aber wir haben es nie geschafft. Aber wieso? Also ja, ich würde jetzt mal so sagen, wenn das Tockenburg eher das Projekt von der Erschliessung des Sentis mit der Zahrabbahn durchgezogen hätte und den Sentis von Wildhaus erschlossen wäre, dann wäre das ein Tockenburger Berg. Heute ist es einfach ein Appenzellerberg. Obwohl, wenn du aussteigst aus der Seilbahnkabine, stehst du auf Tockenburger Boden, nur weiss es niemand. Das Tockenburger ist bescheiden. Der Tockenburger, weitere Eigenschaft, die ich vorher nicht gesagt habe, ist bescheiden. Er ist auch eher zurückhaltend und eher kritisch gegenüber dem, der rundherum abläuft. Wir waren auch nicht dabei als Tockenburger. Ich weiss, ich bin auch Präsident vom historischen Stoss, Schlacht bis Stoss und Schlacht bei Vögel ins Eck von dem Gedenkschiessen, wo wir einfach ein paar hundert Tappenzeller, ein paar tausend Habsburger geschlagen haben. Und auch dort sind Tockenburger nicht dabei gewesen, aber weil die Innenrädler und die Ausserrädler sich nicht kennen, einige von dem Präsidenten haben einen Tockenburger genommen. Aber wir haben uns halt nicht so darum gekümmert, dass wir vielleicht strategisch hätten packt eingehen, das wollten wir gerne nie. Und haben darum immer wieder auf den Deckel rübergekommen und sind verletzlich geworden, weil wir natürlich im richtigen Zeitpunkt nicht gewappnet waren. Und haben keine Zeit gehabt für diese Scharmützel, weil eigentlich sind wir ständig beschäftigt mit dem Überleben und dem Arbeiten. Und ich meine, es reicht ja eigentlich, wenn Tockenburg hat ja kein Eid genommen, sich stotzen zu dieser Aussage, wo so viel Einfluss auf das Weltgeschehen hatte, wie unser Huldrich Zwingli. Ja, das ist wahnsinnig, das stimmt. Wenn man schaut, was das wie Amerika noch über den Calvin in Genf, wie da der Zwingli über Zürich und von dort natürlich auch raus. Immerhin hat er sich auch in Weimar getroffen mit einem anderen Reformator, der aber eigentlich gar nicht so bedeutend war. Er ist aber auch der Zwingli, ist drum. Die Deutschen. Sie wissen schon, dass es einen Zwingli gibt. Aber er wird eben auch noch unter Wert geschlagen. Er ist eigentlich der von der Reformation. Aber er ist auch nicht ein typischer Tockenburger, oder? Er konnte sehr gut reden. Und viel. Und zweitens war er auch nicht sehr bescheiden. Leider, was ich immer vorwerfe, nicht konsequent, nach Marignano, hätte er wissen müssen, dass man sich nicht gerade die Grinder einslassen und nicht mehr auf die Schlachtfelder sollte. Weil in der DNA von einem Eidgenoss ist... Aber Zwingli hat das... Das ist interessant. Ich finde jetzt auch, bei den Tockenburger hatten ja einfach Pech. Die Reformation ist eben auch noch am falschen Augenblick gekommen. Nachher war die Tockenburger beides. Konfessionell. Wir waren steilt. Das Erste. Und das Zweite war natürlich auch die Schutzmächte in der Schweiz, in der Zürich. Und die sind nachher die ganze Zeit... Und die haben sich gegenseitig bekriegt und die Tockenburger ist wieder zwischen diesen geraten. Wie ist es jetzt eigentlich? Das macht euch jetzt das Leben schwer. Also die Zürcher haben dann irgendwie... Also ich meine... Die Tockenburg ist verantwortlich für die Reformation. Also wir haben jetzt den Zwingli als Tockenburg von Zürich. Und Zürich hat natürlich dann sich insofern ein wenig später dann gerächt in dem Sinn, aber das zu Recht, in die Tockenburger Häuser, die vielen Tockenburger Bauernhäuser, wo die Weberei und die Spinnerei eben Textil wird, in der Wirtschaft ein höchstes Ansehen und Einkommen gehabt. Für die armen Bauern war das eine Ergänzung. Wir sind ja sogar in das Zürich-Oberland gehen, Fabriken anzünden, wo sie dann dort angefangen haben, Webereien bauen und Spinnereien. der Tockenburger hat also eigentlich immer ein wenig geschaut. Und ich meine, schon der Ruheli Bräcker, der hat eigentlich schön beschrieben, und so würde ich eben den Tockenburger auch heute noch beschreiben, er war schon ein Geschaffiger und hat da alle Baumwollhändel abgeschlossen, die er noch konnte. Aber wenn er dann am Markt in Lichtersteig war, hat er manchmal Zeit vergessen. und weil er gewusst hat, dass seine Frau nicht lesen kann, hat er dann ins Tagebuch geschrieben, er kann mir nicht verstehen, dass sie so böse sei mit ihm, nur weil er jetzt zwei Nächte und drei Tage in Lichtersteig alles Geld durchlaut und fliegt. Also der Tockenburger ist eben zum Teil auch ein bisschen ambivalent. Aber, heute würde ich sagen, der Tockenburger hat den Zürcher oder die Zürcher haben etwas zurückgekommen, indem sie heute in einem alten Bauernhäuschen ihren Zweitwohnsitz genommen haben. Ich habe mehr Zürcher Nachbauer als Einheimische. In jedem alten Bauernhaus hat es noch. Und jetzt können aber langsam die nächsten Generationen, also nicht mehr die, die es erworben, sondern die Nächsten, die stossen zum Teil wieder ab oder sie bleiben. Und warum machen die Zürcher das? Weil sie natürlich wissen, wo es schön ist. Oder wie lange musste man einfach ins Engadin oder ins Dessin oder auf Mallorca dabei. Man kann eine Stunde oder 40 Minuten fahren und ist in einer anderen Welt. Und was tut in einer Corona-Welt? Die Leute wieder den Horizont öffnen. Was gibt es eigentlich schöneres? Also ein sonniges Plätzchen, wo man keine Nachbauer hat. Das ist ja Lebensqualität. Und das gibt es in Tockenburg. Und man sagt, wir hätten jetzt verschlafen, wir hätten nicht vorwärts gemacht, wir bauen und so. Das heisst also, wir sind gerüstet für die Zukunft. Man wird das Dockenburg schon noch entdecken. Noch sage ich es niemandem. Ja, und man kann ja zuerst mal ins Hotel gehen. Das Haus der Freiheit. Ja. Kann man auch sehr gut übernachten. Würde mich frei. Ja, also es ist wirklich zu empfehlen. Und die Leute gehören dann zu den Pionieren. Nachher kaufen sie dann noch ein Ferienhaus. Aber zuerst können sie im Haus der Freiheit übernachten. Jetzt die allerletzte Frage, wo ich den April-Scherz gemacht habe, dass du eben zurückkommst in die Politik, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen. Also, du hast einen riesen Fan gemeint. Aus diesem Grunde auch für deine Fans muss ich jetzt fragen, wann gehst du zurück in die Politik? Das ist jetzt der Dockenburger. Ja. Der, ich habe gesagt, nein. Und ich habe den Schnitt gemacht. In aller Konsequenz. Er ist mir nicht ganz geraten, weil jeder kennt mich aus der Politik. Und darum besteht ein grosser Teil von meinem Leben noch aus politisieren. Aber nicht, weil ich anfangen kann, sondern weil die Leute zu mir können und wollen politisieren. Oder weil ich einmal zwischendrin schwach werden und wieder politisieren will. So wie jetzt. Nein, die Geschichte ist erledigt. Aber ich möchte noch aus der Ferne etwas mitverfolgen. Ich habe noch eine Aufgabe. Eine offizielle. Ich bin noch in der Findungskommission, falls es das jemals wieder bräuchte, für den nächsten SVP-Bundesrat. Ah, gut. Und dort kann man nur Einsätze haben, wenn man selber keine Ambitionen hat. Genau. Und das wissen wir jetzt von dir. Das ist jetzt verbürgt. Also gut. In dem Sinne, Toni Wunder, danke vielmals für diesen Besuch. Danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ah, Wiederhören. Wiedersehen oder Wiederhören, das darf ich eben nicht sagen, mit Wiederhören, das ist ja absolut Birowerk, sagt meine Frau. Also tschau zäme. Ja. 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 Ja.